Der übernimmt doch Steuers! Nee, lass das mal. Befreien. Oh, von hinten kommt das einfach noch. Blöng! Wahnsinn, haben wir einen Rückwärtsgang. Blöng! Blöng! Andere kommt auch noch dazu. Ja, vielleicht sind wir im Support-Boot. Ja, gut, das scheint aber zu funktionieren. Wer hat denn das Steuerteilung gerade? Ja, krass. Warum? Hä? Aber okay, ja. Wir sind im Support-Boot. Wir haben eigentlich gemacht. Wir sind im Support-Boot. Wir sind im Support-Boot. Ja, lustig kommt auch das. Also haben wir es nicht geschafft. Ja, wir sind im Hammerhead. Das müssen wir auch nicht verhindern. Außer sich cool mit dem Botenstab in den Nidies. Eigentlich hatte ich das... Dachte ich, ich hätte das eingebaut. Aber da ich ja nicht scripten kann. Moment mal. Das ist ein gutes Abschnitt. Wir sind im Okay.